Ich rufe jeden Einzelnen auf, dann tretet ihr vor und ich werde euch den sprechenden Hut aufsetzen. Der verteilt euch auf eure Häuser. Hermine Granger? Oh Gott, nur keine Panik. Wenn du mich fragst, die hat eine völlige Klatsche. Ah, wenn das so ist. Na klar, okay. Gryffindor! Draco Malfoy. Slytherin! Jeder Zauberer, der auf die Seite des Bösen gewechselt ist, war ein Slytherin. Susan Boones! Harry, was ist denn? Wo stecke ich dich hin? Gar nichts. Gar nichts weiter. Mal sehen. Ich weiß. Hufflepuff! Ronald Weasley! Hä? Schon wieder ein Weasley. Was ich mit dir mache, weiß ich ganz genau. Gryffindor! Harry Potter? Harry Potter? Schwierig, äußerst schwierig. Ich sehe bei dir sehr viel Mut. Im Köpfchen hast du auch was. Ich sehe Talent, oh ja. Und den Drang, sich zu beweisen. Aber wo stecke ich dich hin? Nicht Slytherin. Nicht Slytherin. Nicht Slytherin, hä? Bist du dir sicher? Du könntest ganz groß werden. Du hast alles, was du brauchst in deinem Kopf. Und Slytherin wird dich auf den Weg zu wahrer Größe bringen. Daran besteht gar kein Zweifel. Nein? Bitte, bitte, bitte. Ja, wenn du dir so sicher bist, dann wird es wohl eher... Gryffindor! Wir haben Natter, wir haben Tatter! ...